Du meinst ich kann sehr viel Drip hier machen? Komm doch eh hier oben rein oder nicht? Was soll ich für Steps? Ui Ey die schießt mein Füß ab Ja das ist rum Schön Ui Der Scholli Jungen also die Prefire sind wild hier auf der Elo Kann ich ja auch eine 4-Trap machen, eine heimliche aber ich weiss nicht wo Wie kann das sein sollen? Fällt das auf? Was gar nicht Vielleicht kriege ich nicht so viel Trap hin Fuck Wird mein Auge gesehen Ja Ja Bumm Jetzt die 4-Killer Auch, auch Schön, Junge Süß Mache ich hier die C4-Trap-Challenge oder was? Was das die ganze Zeit klappt? Das ist halt wild, ne? Er kann doch gar nicht mehr active spielen, ich habe doch alles gebrochen Ja, er hat aber keine Dinger mehr Unlucky, ich bin ein Opfer, Junge Er ist damit abgeworfen Ich akzeptiere einfach mein Schicksal So, ich mach nochmal den C4-Trap am besten Und diesmal woanders Ich glaube direkt Direkt Main Ich glaube das wird was Nein, der geht da rein Fuck, Digga Ich bin einfach der C4-Trap-Man, Junge Ab jetzt will ich so genannt werden Dann nenn dich doch so Schön, Jungs Wir müssen mal wieder attacken jetzt, ne? Ja Hier gab es ein Problem Die gehen wieder nach oben und dann, ne? Ah, das ist ein deutsch Warte, ich muss konzentrieren, ja Der Dach, der kann jemand mit C4 töten, aber Kann du nicht Oh mein Finger Ich glaube du hast ne Ella bei ihnen Ich glaube auch 3, Frost Ei! Oh mein Gott, ich habe einen One-Tap kassiert im Badezimmer Die Frost ist im Bad hinten durch, Lena Vielleicht Frost traps auf dem Boden Ja, die ist bei dir im Bad Bitte schwer, ich habe deinen Headshot gedrückt, ey Schön Da hast du gesehen, Lena Tschüss Oh Warte, wir haben noch ne Jana, chill 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 Ja, ja, wir haben noch ne Jana Ich höre den rechts irgendwo Da, der da und ping Hinten im Hallway bei Yellow Boah, du bist es, Alter Kann man so sein? Oh mein Gott Das ist ja noch Holy shit War doch ganz cool, oder nicht? Ja Jetzt willst du das so gut haben, ne? 0-3 Oh mein Gott Und ich habe jede Defense gewonnen Und jetzt die letzte Attack Ja Ja Bisschen außen machen Hast du schon? Ne, warte Hast du? Ja, der macht den Ja Das steht immer noch da Ich habe ihn niemals Ich habe ihn niemals Es hat geklappt Ja, der deck sich gespielt Heiliges Kanon Seine Killcam würde ich gerne sehen Ich steppe unter euch, oder bin ich dumm? Ich meine, er kommt gleich hoch bei euch Junge, was haben die mit den Bohnen gemacht? Ja, die haben die Farbe, ich call doch unter euch Mann, durchgekommen Ey Was ist das für ein Winkel? Kann man die Cam? Hä? Bleiben wir wo? Hör dich rein Hör dich rein Der Smoke ist irgendwo Ich bin fucking blind Hey Äh, ist es durch Ja, der Smoke ist vor mir Der Smoke ist hier Der Smoke ist hier Der kommt hier Jawoll Warte Ahem Ahem Ohja Haben wir die gleichzeitig geholt? No Ah! Oha Dring runter Dann geht man mal Ich fuse einfach nochmal Potter, die könnte Die Stairs runter, ne? Potter, Potter, die könnte die Stairs hier runter Machen wir die Barrikade auf oder so? Machen wir die Barrikade auf oder so? Machen wir die Barrikade auf oder so? Das ist der Verkrasse Droh Der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist Der ist, der ist, der ist, der ist Der ist, der ist, der ist In dem kleinen Raum müsste noch einer sein Und einer Blue, glaube ich Die Clash steht hier an Pink, da steht ein Bandit hinter Ja In Blue Blue, Blue Wir können da rein Die Clash is found by the Florals in der Bandit auch Die Plante Ich kann es da auch Hilfe! Och Mann! Das im Hallway Im Hallway Im Hallway Digga Ich versuch zu planen Und auch so, ja, 20 kunden Geines hier Das ist mein Diffuser Ich muss ein Diffuser Ja, ja Eko war hier Zweierfingen eben Nimm Diffuser Versuch zu planen Was ist die Rotation auf? Ja Oh, Job, Alter Oh, mein Gott Ah, wenn du bist Ah, ausnahmsweise machen Ah, ausnahmsweise machen Jungen, er sagt Eko, das ist gut Ich glaube, ich würde Spawn killen Und sterben Dann Ich bin schon unten jetzt Ich bin gefallen Egal, aber das ist besser Oh, ja Ach, nöö Ah, ins noch auf so'n Kopf Oha Mama Oha 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 Ja Oha Oha Keine Ahnung Ich habe nichts gesehen Oha 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 Keine Ahnung Ich habe nichts gesehen Ach sooo Das mag ich mal am meisten. Uuuuuhh. Oh top main set. Die set, die set. Die set, die set. Einer bolt. Keiner main set mehr. Main set ist nix gerade. Klein set, klein set. Ok. Ich dachte, einer wär hinter mir im Cover. Digga, ich find keinen Gegner. Die set war. Wir haben aufhören, wobei jemand. Stimmt nicht so. Gieß doch mal auf die Leiche. Hey, jetzt ist der Landing. Oh Gott, weiß nicht. Ich glaube, wir sind doch. 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 Bei mir. Oh mein Gott. Oh, die ist mir fast abgehauen. Ja, Finca Shotgun Rush ist es. Ich sag's euch, wie es ist. Komm, ich fliege da überall. 3, 2, 1, go, 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 go. Ok, von wo ist der verreckt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht durch. Sehr schön. Oh, du bist es. Kriegst gleich den Finca Bus. Äh, wir können rein. Ja. Nein, das Timing ist so bad. Das ist so bad. Ja, Junge. Ich hab's, ich hab, ich hab committed für den, fürs Durchrennen. Ja, Junge. Das ist sehr das, können wir, um uns angegriffen zu. Vielen Dank.